Willkommen, Moran Scharlatane, zum Frontbericht. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich die Brücken von Infernos genommen, um uns in Richtung Hades zu bewegen und haben da auch einen alten Bekannten wieder getroffen, den Kommissar Werik, der dort die Verteidigung in Hades organisiert. Und er hat uns befohlen, bevor die Orks den Belagerungsring komplett schließen können, ungefähr um der Ecke einen Gegenangriff zu führen, um die Orks schon stark zu schwächen. Na, das werden wir mal machen. Und das hört ihr doch vernünftig an. Und ich lasse die Magie. So, wir sind über die Brücken von Infernos nach Norden hier hin. Das war nicht gerade, aber egal. Das ist jetzt die erste Schlacht an Hades half, weil ich vermute mal, dass wir, wenn wir den Haid verteidigen, nicht wirklich eine Schlacht haben werden. Und Jarek ist ein harter Hund. Das wird schon so seine Richtigkeit haben. So, dann machen wir es noch einmal im Kleinen. Es gibt halt nicht viel zu sagen im Kleinen. Wir sind jetzt hier, am Mendes Fluss. Und dann geht es natürlich weiter. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.